Ja Leute, was geht? Ich bin SICK99 und ja, willkommen zu einer neuen Folge Tiny Aura. Genau, äh, ich wollte eigentlich anfangen, aber gut. Du wolltest anscheinend auch mal wieder anfangen, ne? Machst du ja so selten. Ja, bei deiner Folge einfach mal anfangen, ne? Ja, warum nicht? Das kann jetzt so richtig spontan. Naja, kann man ja immer machen, ne? So, ich mach jetzt mein Hobby. Das ist das einzige... Ich spürsig erst gar nicht. Das ist das einzige, was Lukas ja noch machen kann in dem Projekt. Ja, das ist langweilig. Alles andere hat er verlernt. Nein, das ist doch nicht langweilig. Das ist doch ein geiles Projekt. Wie geht Minecraft nochmal? Ey, 162, 163 Tode. Die 200 müssen wir voll machen, diese Folge, ja? Schaffe ich. Sonst kannst du nicht mehr Dauerzocker L heißen hier. Oh ja. So. Dauerhocker. Okay. Ja, und ich brauch ein paar Birken. Ich hab nämlich gestreamt und festgestellt, dass ich, ja, mein Haus noch ein bisschen weitermachen muss. Der Stream war scheiße. Hey, da war geil. Ja, die Lokomotive, gell? Ah ja, in Ahuto. Naja, das ist auch ein anderes Thema. Ähm. Sehen wir dann auch eine Folge wahrscheinlich. So. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Bin in Ahuto nur in Kreativ. Äh. Ach, in Ahuto. Ach so, warum? Warum nicht? Mach mal bitte aus Survival. Ähm, das Projekt ist vorbei. Hä, wieso ist das, das ist doch nicht vorbei? Doch, für mich, ich hab alles. Hä, wieso hast du alles? Nein, nein, ich bin damit schon durch. Heißt du jetzt schwammig? Oder wie ist der andere? Schocker, genau. Der in 14 Stunden alles durch hat. Nein, ich hab keine 14 Stunden gebraucht. Ja, du bist natürlich der Pro und schaffst es in einer Stunde. Zwei Minuten. Ja, drei Minuten müssen es schon sein, ja. Man muss ja auch mal sterben zwischendurch, so wie hier. Ey, du enttäuscht mich, jetzt erst bei 169. Du musst jetzt noch alle Todesarten durchgehen, ne? Das weißt du schon. Noch einmal, okay, warte, hab. Na klar, bisher war es ja nur im Stream so. Okay, also, jetzt einmal das hier. So. Sehr sinnvoll. Aber immerhin können wir dich so beschäftigen. Wie wenn du Max ein Stück, ein Stock gibst. Wieso, was macht das da? Uh, helbiges Herz. Ich dachte, das war so nicht. Okay, warten wir mal. So, bedeutet jetzt, Todesart Nr. 1. Ah, okay. Todesart Nr. 2. Ach, ein Lover. Das ist immer die Beste. Mhm, geht. Was gibt's noch? Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, du bist ja der Profi, du kennst dich ja mit dem Zeug aus. Ich muss mal versuchen zu sterben mit spielen, ey. Ja, ah ja, stimmt, die gab's mal, gell? Die hat Sparker Phoenix vorgestellt. Oder Logo. Ach ja, Logo, nein, den guck ich nicht. Der schreit mir zu viel rum. Sparker Phoenix schreit zu viel rum, ja? Ja, genau. Der ist immer so laut, ey, da fallen mir die Ohren ab. Ja, ist echt so, ey. Sparker Phoenix, wenn du das siehst, schäm dich. Als ob der das sieht. Wenn der mein Video sieht, dann fress ich meinen Hut, ey. Hast du einen? Nö, muss ich mir erst kaufen. Da investier ich extra, ja? Echt? Na klar. Hast du immer noch den kleinen Beutel mit deinem Kleinkind? Ach ja, das hab ich auch noch. Du musst mal Eis wieder ausgeben. Oder ein Brötchen für 10 Cent. Hey, nee, das war 25. Na, das ist so groß wie mein Daumen. Ey, das ist wirklich, die gönnen einem heutzutage nischt mehr. Kriegst du vor 25 Cent nur noch so Fortsding, wisst du? Früher hast du vor 5 Pfennig in der DDR hast du so ein normales Brötchen gekriegt. Ja gut, aber damals waren ja die Lebensmittelpreise mit Absicht auch so billig und dafür waren die Fernseher und so übelst teuer. Könnte sich keiner leisten. Und Trabi. Ey, der Trabi wie immer mussten wir 10 Jahre warten hier. Echt? Na, das war wirklich so. Am Ende sogar 20 Jahre fast. Mussten wir übelst lange warten, weil das alles Planwirtschaft war. Jetzt hast du auch noch eine Geschichte bald. Oh, nee. Ich kann dich schon mal spoilern. Den ganzen Stoff schon mal verraten. Entschuldigung. Scheiße, deine Absicht. Hä? Wir haben einen Sandblock verloren. Was? Du hast Sand verloren? Einen Block. Oh nein. Hä? Warte mal, ich muss noch mal ein Kaktus fällen. Ist eigentlich richtig, wenn man sagt, ich fälle Kakteen. Ich weiß es nicht. Ich baue ihn von unten ab und die blocken. Das reicht für mich. Na toll. Machst du da alles kaputt, Jo? Mach ich doch nicht, Mann. Ja, da magst du zu lügen. Ja, klar. Wenn du mir mal helfen willst. Jetzt bin ich wieder da, Lübner, ja. Lübner, 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 Lübner. So, ich glaube, ich mach das so. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz. Was ist das eigentlich für eine riesen Holzkiste hier? Welche Holzkiste? Warte, ich mach mal auf. Was ist das hier? Hä, welche? Nein, in der Mitte. Ich baue das mal auf. Hä, was baust du auf? Nichts kaputt machen. Hä, was hast du ja alles weggemacht? Ach so, das ist die Pilzform. Ah. Das muss dunkel da drin sein, damit die Pilze wachsen da unten. Ja, ich brauche nur mal kurz. Ach ja, du willst jetzt in der Walls suffocaten. Ah, ertrunken bist du auch schon. Okay. Na dann. Jetzt hab ich eigentlich jeden, oder? Lebendig begraben? Nee, vorhin hast du noch einen anderen. Warte, ich guck mal hier im Chat. Was hat man da noch? Verbrannte durch Feuer verbrennen einfach. Hab ich ja, hier. Ach so, warte. Soll ich meine Kaktus reinschmeißen? Nein. Na gut, obwohl die wachsen danach, aber dennoch. Nee, nicht dennoch. Doch, dennoch. Hä, wo ist denn der Sand jetzt hin? Die wort... Da waren doch übelst viele Kakteen. Also, einen kann ich dir sagen, ist weg. Und der Rest? Hast du den noch im Inventar? Wir haben ja keep inventory an. Also, gib mal hier. Hier ist der andere noch. Ey. Mann. Irgendwie nerv ich dich nicht. Nö. Gar nicht. Obwohl, damals war es schlimmer. In welches Projekt war denn das? In irgendeinem Projekt hast du mich noch mehr genervt. Aus. Dann warst du noch unproduktiver. Ah, was war denn das nochmal? Ach, das war... Ja, ja, hier. Good Times war das doch. Wo wir den Rewe bauen wollten. Du hast die ganze Zeit irgendeinen Scheiß gemacht. Ja, du sollst den bauen. Ich wollte nur besitzen. Ja, wie immer. Wie unsere WG, gell? Du bringst die Kohle nach Hause. Ich gucke von 6 bis... 6 bis 4... Ne, 6 bis 5. Und Hartz-IV-TV, so... Und eine Stunde schlafen. Am Tag. Naja, und dann nachts kommen die neben. Ja, genau. Und mich verscheuchst du dann, gell? Naja, irgendwie muss ich dein Geld auch noch verballern. Warte mal, da... Ja, Geld. Wir haben sonst zu viel, ey. Warte mal. Warte mal. Da muss ich dann nachts immer Dings schauen, hier. Jubilier und hier dieses, ähm... Wo die ganzen Gadgets da sind. Die Gadgets, Galileo. Mediashop. Mediashop. Okay. Oh, leu, was ist jetzt los? Wo sind die ganzen Creeper her? Stimmt, long, ab bei Creeper. Ich muss noch durch Monster sterben. Oh, ne. Danke. Oh, 181, ey. Du musst bei 187 aufhören. Warum? Weil das ne Scheißzahl ist. Ja, du bist doch scheiße. Wo sind die ganzen Monster? Ähm, keine Ahnung. Du musst mich noch erschlagen, sonst erschlag ich dich. Oh, warte. Das mach ich doch mit Vergnügen. Mit der Faust und dann mit nem Schwert. Ach ja. So, warte, jetzt mit der Faust. Jetzt gibt's Prügel hier. Na, weg ist er. Und dann noch die Schwertmethode. Warte mal, jetzt muss ich einmal brennen. Warte mal, jetzt musst du mich hauen. Komm her, 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 komm her. Ich bin doch kein Hund hier, du kannst mich doch nicht so rufen. Wuff. Komm her, mein Kleiner. Komm her, mein Kleiner. Komm her, mein Kleiner. Bei Fuß. Bei Fuß, ey. Ich mach ja gar nichts, ey. Ich muss hier, äh, die Farmen, äh, die Insel retten. Oh, ne. Brauch mal, Junge. Brauch ich einmal? Warte, ich brauch noch ein Zampnchen von dir. Du musst aber in meinem Haus stehen. Komm mit. Okay, warte, ich zeig dir dann aber meinen Arsch. Nee, du musst bloß Todespunkt im Dauerzocker hell machen. Todespunkt. Nein. Oh, was ist jetzt los? Du musst noch eingeweiht werden. Also stell dir vor, wenn jetzt Keep Inventory aus ist. Du bist mein Arsch. Loy, du hättest mir erzählen müssen, dass es hier eine Leiter gibt, dann hätt ich den Fallschaden einfacher machen können. Ja. Äh, es ist doch. Perfektes Bild. Ich würd sagen, so nehmen wir das. Ah, jetzt hast du kurz hergeguckt, ich glaub, das hab ich sogar. Nein! Scheiße! Und ich würd sagen, das wär's gewesen von Erfolg, ey, wir waren ja... Warte, 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 ich muss doch... Mach ne kleine Timelapse, wie ich meine 200 Tote krieg, ja? Ach so, stimmt, wir haben's noch nicht geschafft. Oh, scheiße. Ich glaub, ich muss doch bis 300 machen, Spaß. Kein Bock. Muss... Nein! Okay, und damit hätten wir die 200 erreicht. Das wär's gewesen von der Folge, danke fürs Zusehen und tschüss. Hast du echt einen Timelapse gemacht?